Audi, BMW, Mercedes, Porsche, Volkswagen und ich könnte jetzt auch noch Ferrari oder Lamborghini erwähnen. All diese Marken und noch viele mehr haben eines gemeinsam bei Winterreifen. Vertrauen Sie auf Pirelli. Hier in Schweden am Polarkreis auf dem Pirelli-Testgelände zeige ich Ihnen jetzt, warum das so ist. Die Reifen sind der einzige Kontakt, den ein Auto zur Fahrbahn hat und in meinem Falle zu Schnee und Eis. Alle Sicherheitssysteme sind natürlich nur so gut wie der Reifen, auf dem sie stehen. Und deswegen wählen die Automobilhersteller ihre Reifenpartner nur nach ihren eigenen höchsten Ansprüchen aus. Schließlich möchte niemand seinen BMW bei der ersten Schwierigkeit gleich verschrotten, sondern vielleicht möchte er ja auch ein bisschen Spaß haben. Die Anforderungen der Autoindustrie an die Reifenhersteller werden immer höher. Sicherheit, Komfort, Effizienz, Haltbarkeit. Das alles für immer mehr Modelle bei immer höheren Produktionszahlen. Und auch der Gesetzgeber macht Druck. Auf dem neuen EU-Reifenlabel werden Nachweise für Rollwiderstand, Nassbremsen und Abrollgeräusche verlangt. Jedes Auto ist anders und jedes Auto hat auch andere Anforderungen an den Reifen. Man kann sich kaum vorstellen, wie aufwendig es ist, von den Mercedes, BMWs oder Porsches die Freigabe für Reifen zu bekommen. Wir haben Entwicklungszentren auf der ganzen Welt, auch in Deutschland, wo wir uns intensiv mit Winterreifen beschäftigen. So wie die Autoindustrie ihre Neuheiten auf Millionen von Testkilometern erprobt, testen wir Winterreifen. Zum Beispiel hier in Schweden, wo wir in enger Abstimmung mit den Ingenieuren der Autoindustrie unsere Reifen testen. So kann es schon mal bis zu zwei Jahre dauern, bis Auto und Reifen optimal aufeinander abgestimmt sind. Über die Jahre entsteht dadurch ein großes gemeinsames Wissen und Vertrauen. Pirelli hat mehr als 100 Freigaben für Winterreifen bei Premium-Herstellern. Insbesondere für sportliche und breite Reifen. Bis zu 20 Zoll groß, bis zu 270 kmh schnell. Aber auch bei vielen SUV und Vans ist Pirelli bevorzugter Partner.